so leute endlich los mit der hauptmission herzlich willkommen zu assassin's queen 4 black flag wir machen heute wäre da glaube ich gerade schon wieder eine fette seerschlag in spanier kann ich da jetzt schon wieder was fragezeichen oder sie hat einfach so oder wie gar nicht das war das war nicht unser thema sollte das haben wir ja die letzten folgen ausführlich gehabt mit den ganzen sie kämpfen bevor wir nicht ein einziges gekriegt hat sich nicht geplant hatte aber wir haben ein paar aufgaben sind was gemacht wir haben auch der schiff geupgradet und hoffen das war jetzt weil man könnte jetzt hier noch zwei drei stufen ja und dann hätten wir zumindest die aufgabe ja 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 fast die kuh wieder voll die wir verlieren die haben wir mal wieder so ein bisschen aber keine sorge wir drehen einmal gott durch so ein bisschen schwierig zu sein rücker zu fahren blöde frage nächste frage wir sind doch erst das ist schon ist das hier dass wir noch einer könnte noch ein unsere kugel zu verstärken und wir haben wieder folgt wir brauchen wieder holz metall und geld stoff jetzt nicht unbedingt die säge operieren würden nochmal das sollte ich unser thema sein ich bin gespannt was heute so abgeht das ist nicht diese ecke hier mit dem dschungel wo wir schon mal waren blöde frage nächste frage mission starten so naja wir brauchen mal wieder auf jeden fall holz metall geld und dann hätten wir die nächste müssen wir die nächste ausbauen so erstmal ist hier eine kiste das ist schon mal gut james kidd aufspüren das wollen wir was ohne dich bleibt niemand töten wieso wieso sind wir gerade hier gestrandet oder irgendwie rüber hoch wie auch immer nö nö wir gehen einfach da lang aber wir könnten ja da hoch dann ich habe nichts machen können gut ich muss die Schlagenschaftskisten plündern okay ich darf aber niemanden töten offiziell warum auch immer ich niemanden töten darf ich nehme mal kurz mich raus bisschen was Unbewaffe betrifft weil nicht dass ich hier jemanden ich darf ja hier jemanden töten Nummer 1 komm her das Belöde ist dass ich niemanden töten darf gute Nacht ich muss jetzt mal ganz vorsichtig hier ranschleichen so die Frage ist sind die unten oder sind die oben da ist jedenfalls einer ist schön unten zu sein gut das ist dann ach da vorne sind noch mehr wie soll ich das einkriegen wo muss ich denn da hin überhaupt ich muss hier runter also das sind ja vier Stück da vorne das ist ja dieser rechte Pfeil der jetzt im Norden steht na geil ich darf ja ich will, dass ich niemanden töten darf ne ich muss hier noch mehr boah wie soll ich da durchkommen wie soll ich da rankommen ey wie wollten wir das angehen du wirst definitiv nicht auf mich hören was ist das Problem wenn ich da jetzt rein da kann ich da niemals rein ich muss ja da hoch ich muss ja unentdeckt bleiben und dann muss ich ja in den links rein das ist ja wo die da in diesem das kann ich noch nicht schau ich noch nie das wird doch niemals funktionieren das wird doch niemals funktionieren das wird doch niemals funktionieren da komm ich auch nicht vorbei oder da rechts komm ich nicht vorbei an dem oder muss ich da vorbei ich muss ja da komplett außen rum eher weniger das wird nicht funktionieren mit hinten und vorne nicht ich muss ja da irgendwie gucken wenn ich die vier da kassiere und dann da durchkomme ich muss ja da durch glaube ich vermutlich das hoffe ich doch niemals ich hoffe ich nicht ich soll da rinkommen das Bittere ist dass ich niemand töten darf wie soll ich das machen da komm ich nicht runter oder ich höre mich doch runter ja das war mir fast klar das war mir fast klar das war eine Vermutung die haben mich natürlich gesehen das sei denn nicht ganz vorsichtig ja natürlich habt ihr jetzt natürlich habt ihr jetzt mich mehr oder weniger komplett das sei denn nicht jeder schwimmen das wäre das auch nicht jetzt sage ich gehe schwimmen und dann da quasi mehr oder weniger jetzt ich gar nicht dass da draußen rumkomme so siehst du mich ja weil ich will ja dir vorbei und dann entspannt da hochgehen so Das war's. Das war natürlich jetzt nicht beabsichtigt, doch. Das war's. So, also, wie gesagt, nochmal. Ich muss ja da irgendwie gucken. Boah, wie soll ich das jetzt hier vor? Ich bin ja froh, dass ich dann im ersten da vorbeikomme. Ich hoffe, dass ich irgendwo gleich ein Checkpoint mal habe. Aber wenn ich sterben sollte, dass ich mehr oder weniger in Ruhe bin. So, jetzt habe ich das Tier hierher. So, das war jetzt der Plan dahinter. Gute Nacht. Das war Nummer zwei. So, da unten sind noch drei. Das weiß ich. Und dem muss ich ja vorbei. Aber das ist, das ist jetzt relativ einfach, mehr oder weniger. Das heißt, ich kann ja da außen komplett... So. So. Ich frage, wie komme ich, dass ich da... Ich lasse ihn jetzt erst mal in Ruhe. Du wirst doch nicht da herkommen, oder? Du kommst her. Sehr schön. Gute Nacht. Wir haben die Option geschafft. Ich lasse jetzt den, wenn wir weniger... Ich müsste den eigentlich da unten wegkriegen. So ein bisschen Geld reingeholt. Oh, was ist das denn? So. Die Zweda. Gute Nacht. da wird doch nicht hier habe ich in Richtung schon gebraucht so alter aufgabe geschafft da wird niemand töten wie viele sind denn das was haben wir da oben wo muss ich denn da hin da hoch ich muss ja komplett alles ausschalten und klettern das heißt ich muss ja da hochklettern irgendwie darf ich töten wie soll ich das denn töten die jungen star da oben hat das für eine idee vielleicht komm mittel komm her so einer weniger geschaffen super hat sich total toll dass ich jetzt entdeckt wurde aber ich habe ein checkpoint ich habe ein checkmark das ist mir wichtig ich habe Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Wie kommt es denn hier jetzt her, ne? Na ja, das ist nochmal mehr, ne? So, dann gehe ich da rein und hole mir dich. So, bleib mal da weg, Kollege. Das Problem ist einfach nur, dass der natürlich jetzt, wenn ich jetzt eintöte, der zweite weg ist. Der hat uns natürlich jetzt die Zweela gesehen, ne? Ich habe die zwei jetzt gesehen, ne? Der muss jetzt ein bisschen runter gehen von der Dings. Ich muss da rüber, ne? So, die Nacht. Oh, Glück gehabt. Ich muss jetzt noch da irgendwie vorbeikommen. Scheiße. Da muss ich denk. Der alter ist noch gewesen. Der hat uns natürlich gesehen. Das war super. Aber ich weiß nicht, wie wir... Ich hoffe, dass ich jetzt nicht wieder von da oben, äh, wo ich das erste Mal hoch bin. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Da. Da. Das hätte ich jetzt immer super. Ich lass mich halt mal ein bisschen raus, dass ihr nur macht. Das war jetzt immer wieder glücklich, dass ich da jetzt... Warte mal. Wo muss ich denn da jetzt hin? Weiter. Also auf jeden Fall. Ah, wo muss ich denn da weitergehen? Da komm ich doch hier rein, oder nicht? Ich müsste eigentlich schon fast mit dem Weniger Dings weh da. Ich muss da ja gerade durch. Ich muss ja gerade... Das war ein Versuch wert. Wenn ich mich nicht gesehen habe, Dings weh, dann wäre es vorbei gewesen. Okay, dann weiß ich zumindest wo ich stecke. Okay. Puh! Uiuiuiuiuiuiuiui. Tja, die zwei lassen mich jetzt gerade mit der Weniger in Ruhe. ich musste trennen das hat irgendwie möglich dass ich die bestimmt noch nicht beide getrennt ich muss ja die zwei da irgendwo mitnehmen das heißt ich muss ja das wird nicht passieren da sind ja minimum drei vier sind das bloß der da oben umschleicht in der nächsten folge probieren wir es noch mal ja 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 ja